Heute schon produktiv gewesen? Ja, doch. Du machst eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation. Warum ist das der schönste Beruf für dich? Ich finde, da kriegt man ganz viele verschiedene Einblicke in den unterschiedlichsten Aufgaben. Kaffee oder Tee im Büro? Lieber Tee. Was darf auf deinem Schreibtisch nicht fehlen? Eine Wasserflasche und ein Notizblock. Berufsschule oder Büro? Eine Abwechslung von beiden. Du hast Urlaub. Berge oder Meer? Ganz klar die Berge. Was machst du in deinen Pausen? Ich sitze mit meinen Kollegen zusammen. Wir unterhalten uns sehr nett. und genießen ein bisschen die Ruhe. Kollegen E-Mails schreiben, anrufen oder mit ihnen chatten? Am liebsten telefonieren. Büro oder Homeoffice? Im Moment bin ich noch im Büro, weil ich dort einfach lieber vor Ort sein möchte. Man kann aber ab dem zweiten Lehrjahr auch Homeoffice machen. Hattest du schon mal Zweifel an der Wahl deiner Ausbildung? Nein, ich bin sehr glücklich. Heute schon auf Instagram gewesen? Nein, heute noch nicht. TikTok? Auch noch nicht. Welchen Klischees gegenüber einem Job bei der katholischen Kirche bist du schon begegnet? Bis jetzt noch keinem. Du hast Feierabend. Was machst du? Am liebsten noch Sport als Ausgleich. Unterwegs zur Arbeit. Mit Fahrrad, Auto oder den Öffentlichen? Mit dem Fahrrad. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne.